Wo ist sie? Ihr wagt es! Oh, junge Meister. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... ...meiner Rüstung. Im Kumpur, da wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Hier entlang. Diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch? Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Drei-Käse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Tahichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Ich habe hier noch zu tun.